Hallo und herzlich willkommen wieder... Gibt's langweilig... Was? Was denn? Ich hab keine Ahnung... Aha, ich baue jetzt den Elektrik... Hier mal mit meiner... Haben, 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 haben... Kuchengeschmack. Den Recycler abbauen, Adi. Ja, pfff... So, fertig. Jalalala, warum soll ich den Recycler abbauen? Warum soll ich den Recycler abbauen? Juh, juh, malta... Station. Und ich geh jetzt runter. Nö, nö, nö. Ah, jetzt... Komm! Äh, läuft es... Schaut gut aus... Nein, okay. Das daran... Und das kommt daran? Ähm... Nein. Du kommst sofort nach oben. Okay. Und holst dir was ab. Sonst gibt's Stress. Ein Geschenk? Nein, äh... Stress. Ja, guck doch in mein Dings rein. Oh, dankeschön. Hat er Kuchen bekommen? Ja. Zwei sogar. Dimm, 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 dimm. Nein. Guck doch hin. Er wollte doch nur Nanosaber haben, also hab ich ihn eins gemacht. Ja. Weil ihr... Die beiden hatten ja schon einen Nanosaber. Saber. Und dann... Ich hatte noch keinen. Und fair und so. Ah, die, der nette Boi, ne? Ich schwöre, da macht mir direkt einen Kick. Bam. Ja. Läuft im Topf. Egal. Klar. Und... Auf, nicht, wirkt was. Aua! Autschi. Ich fahr über das direkt da rein. Zack, zack. Autschi Kabauchi. Ah, ich nehm ja gar nicht auf. Da muss ich ja gar nicht kommentieren, so cool. Ja, 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 ja. Na, jam, 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 jam. Ist doch so oder so. Ich kommentiere niemals. Ich guck dir einfach dieses gewerrende Ding an und... Ich hab keine Art... Aua! Mua! Hm, 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 hm. Hm. Du Penner, du hast mir was geklaut. Nein. Doch. Nein. Gib das her. Hm. Gib das her. Ja. Was soll ich jetzt machen, alter? So, zwei? Ja, das hergeben, was du mir geklaut hast. Stimmt. Ne, MFSU bauen. Ja, und das hergeben, was du mir gerade geklaut hast. Das anzei. Guck da. Oha. Ich will die jetzt anbringen. Ah. Oh, das wirkt sogar gut. Einfach ums Herz auf. Ja, die gut kommen halt nicht. Zack. Hallo. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, ich hab' euch herzlich auf Vorrat gemacht. Zucker 6. Ich hab' grad'n Stack, äh, requested und es ist nicht angekommen. Ih, was hast du denn requested? Ein Stack Kupfer. Äh, vielleicht haben wir... Da ist noch ein Stack Kupfer drin. So, jetzt kommt... Ba-bam. Puh. Zack, 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 zack. Keine Energie verschwenden. Baby. So. Nein, ich bin angequetscht. Bei dem hab ich... Ah, jetzt hat's geklappt. Da der Aktor läuft. Oh. So ineffizient. Wie soll da denn auch am Ende keine Uranzellen drin sind, weil du die alle dabei hast? Ich hab' da welche herangetan, vielleicht? Und jetzt? Hm, wir haben genug Overclocked T-Brands und wann benutzt sie nicht? Vielleicht benutzt sie. Lass' der Engine weiterlaufen. Achso. Schimpf. Ja, ich... lass' mal die Dinger da erst mal generieren, ey. Und so oder so, reicht nicht unser Strom. Ja, stimmt. Schau. Adi, kann ich kurz eine Ranch haben? Hm, sag mir, wo ich sie einsetzen soll, in Fertil. Äh, beim Solarpanel hier oben. Ich möchte das gerne haben. Oder, Bob, ist das noch notwendig? Diese eine EU willst du haben? Ja. Ja, eine EU ist gut für meinen Schuh. Ja, ich weiß, du brauchst nämlich Energie, damit sie überhaupt angefangen zu betrieben wird, dein Dingstag. Oh, eine Pote. Ja, das kann auch... das muss... Soll. 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 Noll. Noll, ich hab' ich nen Generator. Yeah. Ich hab' das Prototype auch angegeben... Ja, ich hab' ich hab' auch den gewechselt. Oh, egal. YOLO. Oh, das ist wirklich so hirnlos. Ja, ich hab' das Prototype. Aber das ist nicht so schlimm, dann brauch' ich nur ein bisschen cool das dann. Hatz, ach schon. Zack. Klick, klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Zumindest sagen wir jetzt wieder Glasfaserkabel. Oh, Glas, 4, 1, insgesamt. Da. Noll. Fuck. So, von der Seite will sie's immer haben. Deswegen muss ich hier was abgaben. Und der Schwing kommt das hier unten ran. Und fertig. Ich find' diesen F7-Trick einfach so genial. Ohne den F7-Trick wär' ich ganz schön aufgeschmissen. Zack. Ich hab' was Neues für einen Nuklearreaktor. Ja. Energiemacher? Hm. Sag' ich mal. Einer fehlt noch. Einen brauchen wir noch. So, ich brauch' noch zwei Gold und dann sind wir durch. Hä? Wieso fehlen jetzt hier plötzlich vier Dancecopperplates? Ja, ich hab' sie genommen. Ach so, aber dann hat sie geklaut. Nein, ich hab' sie genommen. Ja. Diese Dancecopperplates hab' ich für mich gemacht. Für etwas ganz Bestimmtes. Ganz ehrlich, was soll ich mit Dancecopperplates anfangen? Natürlich nehm' ich alle. Sorry, dass ich alle Heatvents zu overclocked gemacht hab', die wir benötigen. Bin ich gut von dir. Das wär' was Gutes. Ist so. Ich find' das gut von dir. Dafür kriegst du auch was. Ja, weißt du was ich machen wollte? Hm. Ich wollte eine neue Kamera herstellen. Das wollte ich ja auch als nächstes machen. Ja, wir haben jetzt aber keinen Kupfer mehr. Ja, und was will ich wohl grad machen? Oh. Ich hab' denn nicht sieben Stacks Copacalbe machen sollen. Unfähig. 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 So. Wusstet ihr, ihr kennt ja bestimmt alle Popshop-Media und dieses Alarm. Das kommt aus einem Pornofill. Also nicht, dass ich einen geguckt hab', sondern das ist... Nein, gar nicht. Doch, Facebook-Seite dieses Rage-Comic hat das gepostet, deswegen. Find ich das okay? Ach, ihr. Ach. Haben wir noch Tin? Nein. Ich hab' auch fast gefolgt. Tin, ich brauch' ja nur... Ah, der Wind. Der Wind. Der Wind, der Wind, der rast um dein Gesicht geschwind. Hm. Was sind sonst? Was sind sonst? Was sind sonst? Ah, nein. Oh, bei... Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, ich hab' voll Rückenschmerzen. Das gibt's nicht. Deine Schuld. Wo das ganze Tin gibt, die Request ist, was? Nein. Was? Ich schreibe hier etwa Tin falsch. Das Tin ist gar nicht mehr drin. Gemand hat's rausgenommen. Hä, wir haben... Hä, wir haben hier auch gar kein Tin drin. Aber eben, man hat, glaub' ich, noch fünf. Im Grad, ja, im Grad waren auch 54 Tin drin. Edouard. Hä, was, ich hab' nichts. Wollen. Nicht wollen. Hä, wir sagen, hä? Hä? Wieso haben wir Kupfernuggets? Du hast, du hast gelacht. Gib das Tin wieder. Nein, wieso haben wir Kupfernuggets? Wieso? Nein, jetzt nicht ablenken. Hier, guck mal rein. Hier, Kupfernugget. Ja, Gott, denn trotzdem, ich hab' meinen Tin. Keine Ahnung. Gib mir meinen Tin. Ich hab' gar keinen Tin. Du hast einen Tin. Ja, du hast Tin. Ich hab' sogar gehört, wie du gelacht hast. Hä, was ist das für ein... Ey, dieses Kupfer sieht sich ja lustig aus. Adrian. Mit dem Texture Pack. Neue. Neue. Egliches. Sieht aus wie Kotze. Nein, jetzt hab' ich mal in einen Prototype da reingetan. Herr, wofür brauchst du denn Tin, Alter? Tin-Cell. Empty-Cells? Empty-Cells, genau. Äh, das haben wir so genug. Ja, die hab' ich doch erforschtlich gemacht. Ich hab' von 60 Stück. Achso. 67 Stück. Du weißt doch, dass... Hat der Gem nicht aufgepasst? Ich hab' die ja für einfach Unuklearzellen benutzt. Da hat der Gem nicht aufgepasst. Ja. Hat er nicht. Ah, Edu, ich hab' dein Tin gesehen. Nein. Ich hab's gewählt. Aber ich will mir jetzt eh sowieso die Zellen. Ja. Werden die sind jetzt nicht mehr da? Doch. Ich brauch' ja nur zwei. Und hoch geht's. Endinita. Endinita. Lava. Ich brauche Lava. Oh, ja, stimmt. Du hast recht, da hab' ich ja noch den Tank unten stehen. Ich meine den Tank. Ich hab' unser hässiges Kopper mal zu normalem Kopper gemacht, ne? Kannst du es nur mal... Ach, da. Also es ist ein Achtkupfer. Das ist keine Frage der Ethik. Das ist eine Frage der Persönlichen. Und nochmal neun Kupfer? Äh... Muss man was... Kann sein. Juh. Jawoll, ja. Jawoll, ja. Ich hoffe das. Kann mir jemand vielleicht einen Maschinenblock geben? Nein. Äh... Nein! Oh... Nein. Was ist? Mir fehlen genau sechs Copper Cable. Sechs. Oh, ich hab' jetzt fünf Bronzes. Wieso hab' ich eine Bronze? Ich brauch' eine Bronze. Ich brauch' eine Bronze. Ich brauch' eine Bronze. Was soll ich jetzt mit ein Stack elektric, äh, circuits machen? Nö, cool. Wie? Kannst du... Was jetzt? Ich hab' ein Stack elektric circuits. Wirklich? Oh... 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 Jetzt müsst ihr das wirken. Nein, das wirkt natürlich nicht. Der Korb ist eine Stücke. Oh, wir haben... Was? Zieh dir das mal rein! Was? Ja! Übertreiber nicht! Ich seh' das auch! Oh mein fucking Gott! Ist ja auch so awesome! Ja! Ja! Ich schwöre! Ich weiß nicht mal, was los ist! Oh! Du hättest irgendwas in der Hand! Nein! 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 Lass mal das... Ich hab' ein Lab Pack, Bad Pack oder ähnliches. Black. Ich hab'... 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 Ja! So... Und das Gute ist, dass wir jetzt... Da wir Chunk-Lotachs haben, wenn wir vielleicht... Wenn wir jetzt ein bisschen... Kannst du es nicht einfach in der nächsten Folge machen? Wir dürfen uns fertig... Ja, das auch ne Idee! Mhh! Mhh! Uuuhuhuhuhu! Mh! Ähm... Wenn ja auch nicht so überschneiden... Eh? Diese Fehler war ich nicht noch mal! So, damit ich nicht alle, ich hab mein, äh, im letzten Jahr bin ich in die Nähter gegangen und hab alles verloren. Diesmal hab ich alles gesichert, bevor ich in die Nähter gehe. Ja, das ist. Was? Wehe, ich... Hm, das ist nicht schnell, das ist ziemlich langsam. Aha, schöne Sache. Alles füllt sich. Was? Alles füllt sich so schön. Ich weiß. Kratz, kratz, kratz. Ey, sind das Nähter Diamanten? Ihh, ein Zombie-Pick und hört sich an. Doi, er ist in Lava gesprungen. Ach ja, ich hab einen Nanus halb, ich geb ihn, aber... Da musst du dich sehen, deswegen ist er in Lava gesprungen. Oh, ist gegeben, oh, wah, wah, wah. Ja, ich hab Nähter Diamanten. Ey, wie viel hab ich davon? Ich hab zwei, oh, Silber. Ha. Ja. Äh, was war... Haben wir keinen Kobbel? Ja. Auf die Abi. Weiter weiß ich nicht, Texte. Hä. Hö, den Rest des Texte soll ich vergessen. So. Wirklich? Oh nein. Äh, ist das Nähter Diamanten? Kann so. Ist das Nähter Diamant? Ist das Nähter Diamant? Ist das Nähter Diamant? Nein. Nähter Diamanten, Mobben, Adrian. Ach so. Ja. Wir nehmen grad alles aus einer Sache her. Eine Sache. Oh, jetzt hab ich mal einen Namen selber verwendet. Ich hab Oral gefunden. Ach, natürlich. No. No. Von wo kommt dieses... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, das ist weg. Da, 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 da. So, das müsste es mal. Wir producen ja jetzt endlich gut Strom. Wey. Ja, weiß ich nicht dran. Ach, Adrian. Ich brauch kurz zwölf Electronic Circuits. Nein, wehe. Ich bring dich um. Wehe. Ich bring dich auch um. Ich baue eine MFSU. Und dann können wir... das Strom dazu nutzen. Ich bring euch Alu. Und so oder so. Hier sind keine Elektronik Circuits drin. Oder bin ich mal wieder blind? So, jetzt sag ich mal krass übertrieben. Du hattest erfolgreich blind. Ja, in meinem Haus natürlich. Ich denk so, ich versteck sie einfach so irgendwo drin. Was ist in deinem Haus? Man hat Sachen. Und wir haben keine Dias. Schön. Giraffenaffen? Affen mit Giraffenköpfen. Ich find die Festung nicht mehr. Ich hab die ganze Zeit einen Waypoint, aber sie ist voll kompliziert zu finden. Ich suche jetzt Adrians. Adrian, gib mal bitte ein Kupferkabel und so. Nö, hab ich alles dabei. Was brauchst du hier für einen sinnlosen Mist? Gem? Ey, hier ist Uran. Lass mich erst mal ausprobieren, Mann. Schau mal, deine Bart ist. Hi. I am burning. Ich versteh nicht. Ah, jetzt. Jetzt musst du das... Was baust du für einen sinnlosen Mist? Ja, das ist... Mann, lass mich doch mal. Er baut... ...etwas, womit wir zu viel Juju-Matter kriegen. Und erstens, du machst das völlig falsch. Und zweitens, die Folge ist völlig zu Ende. Außerdem macht er es richtig. Auf seine Art. Ja, irgendwie nennt sich falsch. Nein, ist es nicht. Er hat ihn erklärt. Hey, ich... Ich dachte, das kann ich sogar besser. Ja, los. Gem soll jetzt aufnehmen. Okay, gut. Ja. Bis zum nächsten Mal.